Zum 75-jährigen Jubiläum des Landkreises Emmendingen lädt das Landratsamt am 27. September zum Tag der offenen Tür ein. Neben Vorträgen und Kurzfilmen gibt es auch Mitmachaktionen. Bei diesem Tag der offenen Tür möchten wir die Arbeit, die vielfältige Arbeit des Landratsamtes einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Es wird Aktionen der Abfallwirtschaft geben, das Gesundheitsamt wird verschiedene Gesundheitsaktionen vorstellen. Wir haben ein kulturelles Programm vorbereitet, viele Aktionen auch für die Kinder. Ich denke, das Programm ist so vielfältig, dass hoffentlich für jeden und jede etwas dabei ist. Zusätzlich findet ein Jugendkulturfestival statt mit verschiedenen Jugendbands aus dem Landkreis.